Ah, ich bin zu spät. Wir sind willkommen zurück zu Half-Life-Timer starten. Es ist gerade 14.07 Uhr und in 6.53 Minuten sollte normalerweise genau dieser Part hier on kommen, aber ich habe keine Zeit gehabt, deswegen muss ich mich... Ich muss mich eigentlich nicht beeilen, aber auf jeden Fall muss ich den Part heute ein bisschen kürzer halten. Das tut mir leid. Ähm, genau, wir sind ja mit den Zügen und so gefahren. Ich bin zurückgelaufen, das war dumm. Wir müssen vorlaufen und werfen. Achso, das ist ein Geschütze, okay. Pass auf. Weee! Okay, das schaffen wir. Wir haben es nicht geschafft, warte, das schaffe ich. Was ist das? Das ist Mine und das ist C4, ne? Okay. Schluck! Oh! Er lädt nach! Ah! So. C4. Ah! Geh weg! Ich habe mich erschrocken, Mann. Ey, dieses Spiel ist sehr herausfordernd und das mag ich. Oh, na toll. Ich habe mir ein Headshot gegeben, ne? Das war perfekt. Weee! So, dann lasse ich den wenigstens am Leben. Aber das ist der. Nein, den lasse ich am Leben. Ich, äh, kriege das nicht hin. Wer würde das nicht hinbekommen? Das ist Deko, ne? Das ist keine richtige, ne? Ja. Ja. Deko, ne? Das ist die, ne? Beantwortlich ist akzeptiert. Die Bio-Einheit muss als Strafe für ihre Aktionen deaktiviert werden. Ich hoffe, dass die Leichen verschwinden. Sehr schnell. Wir sind endlich draußen, ne? Weh, wir müssen noch mal rein. So langsam ist es dankweilig, nur immer drin zu sein. Aber wir müssen ja noch zur Rakete, ne? Oder waren wir ganz oben? Ich weiß es nicht. Machen wir wenigstens die Tür hier auf. Und laden die Daten. Boah, überall sind sie. Scheiße, scheiße. Granate, komm! Wie? Oder? Wie kann ich hinlegen? Warte, und davor. Dann krieg ich da eine Granate hin. Und der Zünder. Wieso zahlt ihr das nicht? Das hat... Ich weiß nicht. Rechtsklick werfen. Ist dann ein Linksklick. Auslösen. Ja. Ja. Oh Gott. Habt ihr den Leck gesehen? Ich bin der Beste. Davon möchte ich eine Zeitlupe, aber ich bekomme das eh nicht hin. Und das leckt gerade relativ. Ich... Äh, das ist wahrscheinlich mit Zusammenhang der Aufnahme, aber noch irgendetwas. Na, geht jetzt wieder. Mein PC hat gerade eben ein paar Spacken gehabt, dass der... Der wollte irgendwelche Updates und so machen. Kann sein, dass er die jetzt gerade irgendwie abgeschlossen oder sonst was hat. Äh? Was will ich hier? Ich möchte, glaube ich, da durch diese Tür, denn über die Rohre werde ich nicht kommen. Okay, die werden mich auf jeden Fall bemerken. Oder auch... Warte. Ich komme hier aber nicht dahinter. Shit. Warte. 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 Oh, ich bin der Beste. Die Tür geht nicht auf. Explosion. Lauf! Es muss nicht ausgelöst werden, oder? Warte. Hey. Warte. 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 Äh. Hier. Schnex. Wartet mal. Ähm. Teil des Anschissens? Nein. Okay. Kann ich Tinkerbott machen? Eigentlich ja nicht. Ach doch, die Tür geht auf. Ich war nur zu behindert. So, Nase kratzen. Und der Allerbeste werden. Habe ich nur so weh? Ja, ich habe 17 Leben. Okay, kein Wunder. Kein Wunder, sagte ich. Ich möchte. Am liebsten würde ich ja so ein. Eine. Zusammenstellung von meinen ganzen Toden haben, ne? Zwei HP. Ich möchte mich aufpumpen. Ah ja. Vielen Dank. Das kommt ja wie gerufen. Wie gesagt. Wie getan. So. Sie leben ja noch. Dann können wir ja hier ein bisschen rumklicken. Ne? Kommandant. Wir haben feindliche Schiffe im Sektor. Vergesst das, was ich jetzt gesagt habe. Und ich sehe auf mein Radar, äh. Frauen. Und das sieht aus wie rote Tumore. Blaue Tumore. Und eine Weltkugel. Okay, hier scheint nicht viel machen zu können. Das ist, glaube ich, nur Deko, oder? Ja, hoffe ich es mal. Hier, Kopierer, oder keine Ahnung, was das dastehen soll. Hier ist ein Knopf. Äh. Avoid motion while retinal scan is in progress. Weißt du, da ist bestimmt ein Feuerlöscher. Ja, da ist ein Feuerlöscher drin. Wie, wie sollen die Menschen daran kommen, wenn ich nicht mal mit einer Brechstange dieses scheiß Glas einschlagen kann? Launch. I said, launch. Ja, ja. Die haben uns also gesehen, wie wir da durchgekommen sind. Oder auch immer. Okay, dann launchen wir mal. Darf ich es nicht sehen? Doch. Zum Mond. Es flackert ein bisschen. Gottschütze Amerika. Beste Feueranimation, aber das Spiel ist ja schon alt. Wee. Boah, das war's wert. Guck ich hier raus? Nö, warum auch? Hat hier jetzt aber nichts verändert, oder? Ja, nö, sieht nicht so aus. Na toll. Die Rakete haben wir gestartet. Und jetzt, ähm. Hä? Oh, okay. Soll ich zurück? Ich guck mich hier nochmal kurz um. Ich bin doch nicht so schnell. Was? Muss ich jetzt alles nochmal von vorne? Mit dem Launch? Mit dem Launch? Ja. Oh, mach mir mal schnell. Und... So. Ah. Ist ja gut. Ich meine, wir sollten ja die Rakete auslösen, hat er uns ja gesagt, oder wegschicken. Sollen wir jetzt zu dem zurück, oder ist er gestorben? Ich kann mich... Es ist schon zu lange her, ich... Oh. Ich komme... Ohne Witz, ich komme leider mit der Story nicht so gut zurecht. Ich glaube, wir müssen zurück. Hier können wir ja nichts machen. Dann begeben wir uns da zurück. Allerdings erst im nächsten Part, denn... Ich muss das schnell hochladen und das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig, also wird das Video verspätet kommen. Bis später. Blutverlust festgestellt. Von wo? Okay, bis dann. Ciao.